Alle Spiele der BKBBL live, nur in diesem Outernetz, für die Eltern, zum Mitschreiben, www.telekombasketball.de Und aufgepasst, John Brockman, der beste Rebounder der Liga, der kann auch rennen wie ein Pferd und da kracht's im Gebälk, ein überragender Athlet, er machte wieder eine super Partie, 18 Punkte und 8 Rebounds waren's am Ende für ihn, er bester Spieler der Begegnung. Und er profitierte sehr, sehr häufig von Anspielen von Adam Waliszkowski. So wie hier, Waliszkowski ganz, ganz stark als Scorer mit 9 Punkten, Passgeber mit 3 Assists und 5 John Brockman. Und der durfte dann auf die Bank, durfte sich feiern lassen für seine tolle Leistung und hatte nach dem Spiel natürlich auch etwas zu uns zu sagen. Es war ein großartiges Spiel, eine tolle Atmosphäre, unsere Fans haben viel Energie gebracht, es war physisch und am Ende mussten wir Stops schaffen und das haben wir geschafft.